Und ich bin da etwas schüchtern. Mensch, ich komm da nicht rum mit klar. Ich komm da eigentlich, ich komm's gut mit klar. Ich kenn mich jetzt als Ideal. Ich weiß, wie ich reagiere. Bin dann jetzt geworfen bei der Post. Aber, wie gesagt, andere mögen das nicht so. Ich fach... Andere mögen das nicht so. Ich finde es ganz okay. Ich brauche es nicht. Tschüss. Jetzt.